Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Wir schauen einmal rein Leute. XRP heute bei 50 Cent, also wieder über die 50 Cent Marke und generell eher stabil. Also das Retracement kam auf jeden Fall auch ein bisschen zu XRP und jetzt sind wir stabil bei knapp über 50 Cent. Generell gibt es bis zu 6% Gewinner bei TheGraph und 4% Verlierer bei Dogecoin. Dafür schauen wir auch einmal rein. Der erste Feed für Leute kommt von Gary Brothy und hier geht es einmal um die On-Demand-Liquidity-Map. Ich glaube, die Seite heißt 3XRP und hier haben wir einmal den ganzen On-Demand-Liquidity-Traffic, den man so sehen kann und das alles in der gleichen Sekunde. Das darf man nicht vergessen. Also es ist nicht so, dass die irgendwie quasi langzeitbelichtet mäßig gespeichert werden, sondern es ist alles in der gleichen Sekunde. Klar, es könnte auch ein Glitch sein, aber in der Form so viele Glitches, die da immer aufkommen, weiß ich nicht, ob das so realistisch ist. Ich kann es aber nur so sehen und hier haben wir nochmal die andere Halbkugel. Also da ist auf jeden Fall einiges an Traffic gerade unterwegs, wenn das so stimmen sollte. Wie gesagt, ich war in der Sekunde nicht auf der Webseite und ja, ich sage mal, solche Bilder kann man natürlich irgendwie fälschen in gewisser Weise. Aber ich denke mal, dass das, wenn, schon real ist oder eher ein Glitch. Dann haben wir hier Block in Media und hier geht es einmal um den Ripple-Co-Founder Jed McCallop, der von Ripple weggegangen ist und dann ewig seine XRP-Holdings die ganze Zeit verkauft hat. Und er spricht jetzt über Space Exploration, also quasi, dass er auch in den Weltraum möchte und ja, vielleicht auch mal eine Welt, nicht eine Weltreise, wie nennt man das, eine Weltallreise machen möchte. Ist auf jeden Fall eine sehr wilde Sache. Also, ich sage mal, von einem Ripple-Co-Founder, dann hin zu, sage ich mal, einem Fintech-CEO, Kryptowährung, Programmierer, alles und so. Und jetzt sagt er dann, ja, ich will eigentlich auch mal in den Weltraum. Also, ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Wir werden seine Schritte dahin auf jeden Fall gut beobachten. Es erinnert mich so ein bisschen an, hier, wer ist da, Justin Sun von Tron damals, der ja auch von Tron weggegangen ist. Da meinte er, ja, ich gehe in die Politik, dann aber auch irgendwie Weltraumreise machen wollte und so. Also, auf jeden Fall ganz wilde Sachen, was hier abgeht. Also, ja, Chad McCallop ist bald sogar, sozusagen, interplanetar. Ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir hier Foejack und zwar mit den Mr. Poole-Drops. Hier einmal dieses Bild von Mr. Poole und dieses Bild. Und das Ganze wird jetzt hier auch bei Forbes genommen. Banks are about to face the same Tsunami wie die Telekom 20 Jahre zuvor. Also, Forbes sagt hier eine Art, ja, nicht, also Crash, weiß ich nicht, ob das als Crash gemeint ist, aber quasi, dass da schon auf jeden Fall einiges anrollen wird an Problemen. Das Ganze ist hier also quasi ungefähr vor einem Jahr gepostet worden. Natürlich kann man aber von den zeitlichen Hates keinen krassen Zusammenhang erkennen. Also, wenn es jetzt zum Beispiel genau ein Jahr später wäre, dann wäre es natürlich heftig. Aber hier wurde es halt eben am 30.10. gepostet, vor einem Jahr. Und hier haben wir es jetzt am 24.09. Ja, ungefähr könnte man sagen, passt es. Aber ich glaube, um genau eine Verbindung zu ziehen, ist es halt noch zu vage. Dann haben wir hier den Bull Run Wonka. Und hier geht es einmal um den Bearable Bull. Das ist ja ein bekannter XRP-Youtuber, der eben viel über Krypto spricht. Sehr bullisch ist immer, wie der Name schon vermuten lässt. Und im Endeffekt, ja, quasi einfach immer XRP chillt und sagt, ey, das ist so geil und so. Finde ich auf jeden Fall super, was er damals gemacht hat. Aber er hat auch einen Paid Udemy-Kurs, also quasi einen Kurs, wo er Coins vorstellt. Und ich sage mal, das ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert. Wenn man da was Gutes empfiehlt, wenn man sagt, ey, ich habe die Fundamentals gemacht, die Researches und das ist ein guter Coin. Dann geht das ab. Dann sagen alle, ey, wie geil, sind super hyped und super happy und so weiter. Auf der anderen Seite, wenn das eben natürlich dann runtergeht, dann sagen alle, ey, der dreht uns hier irgendwelche schlechten Coins an und so weiter. Also sind alle sehr negativ gegen eingestimmt. Und so war es hier auch mit dem Fire. Das hat er wohl in seinem Kurs beworben. Und Fire war auch so eine Art Node-System, ähnlich wie bei Strongbrook zum Beispiel, wo man dann einfach Node erstellt hat. Dann haben die immer jeden Tag halt Prozent API ausgezahlt. Und im Endeffekt war es natürlich ein übelstes Schneeball-System. Und ja, er sagt hier, Fire Rackpull, der war historisch. Und deswegen sollte man ihm nicht mehr vertrauen quasi. Genauso wie NX dann hier ein bisschen weiter researched hat und gesagt hat, dass er alle Videos von 2019 und 2020 runtergenommen hat von seinem YouTube-Kanal, weil er erst ab dem 21. Mai 2021 eine neue Firma gegründet hatte. Die Bearable Bulls Crypto Consulting LLC, also die Limited Liability Company quasi. Also eine Art Gesellschaft mit Beschränkung der Haftung einfach. Und ja, das steht natürlich dann so ein bisschen dafür, dass er erst ab diesem Zeitpunkt dann quasi auch richtig Verantwortung dafür übernimmt mit der Firma im Endeffekt. Und dann halt nicht persönlich dafür belangt werden kann. Finde ich auf jeden Fall einen wichtigen Aspekt. Und gerade wenn man halt eben sowas chillt und sagt, ey Leute, quasi kauft das in der Richtung. Immer sehr, sehr wichtig, dass man sich da auch absichert. Und dass es da quasi klare Verhältnisse gibt, sag ich mal, wer da gerade haftet für. Natürlich bin ich allgemein der Meinung, dass jeder, der kauft, der den Kaufbutton selbst drückt, quasi auch selbst dafür verantwortlich ist, was mit seinem Geld dann da passiert. Aber in der Welt ist es natürlich leider so, dass wenn jemand sagt, hey, kauf mal das und dann kauft jemand das, verliert er mit Geld und der Typ hat ein bisschen Follower, dann ist das gleich, als wenn der Typ, ja weiß ich nicht, dem eine seriöse Anlageberatung gegeben hätte und hier einem schriftlich gibt, ja, ich mache eine Anlageberatung. Das ist natürlich nicht der Fall. Auch bei all meinen Videos ist das nicht der Fall. Deswegen sage ich das auch immer, alles nur meine Meinung, keine andere Beratung, investiert niemals irgendwas, weil ich irgendwas sage hier oder weil ich irgendwas nicht sage. Ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir hier einmal Stefan Huber mit Brad Garlinghaus und quasi Cardano und Ethereum. Das sind ja so ein bisschen auch die Top-Spitzenreiter der Kryptowährung allgemein. Und hier geht es einmal um Artikel, die jetzt dann zu Ethereum veröffentlicht wurden, dann auch zu Cardano und dann halt eben auch zu XRP damals. Damals war es bei Brad Garlinghaus, dass er seine XRP auf die Retail-Investoren dumpt, quasi verkauft, zum Leidwesen der Anleger. Bei Joseph Lupin war es dann so, dass man seine Ethereum-Holdings ge-decentralized hat und bei Cardano ist es jetzt im Endeffekt so, dass man einen Delay hier prophezeit. Und zwar hier von der Cardano-Vassil Hardfork. Dann haben wir hier einmal James Rule XRP und zwar mit der nächsten Welle an Grants, die der XRP Ledger austeilt. Wir haben hier die Welle 4, die jetzt offen ist bis zum 14. Oktober. Auf jeden Fall sehr nice, kann man sich bewerben, wenn man ein Projekt hat, eine Idee hat, sage ich mal, was man hier gerne drauf bauen möchte. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ich sage mal, ist halt eben Geld, was man bekommt, wenn man hier eine gute Idee einreicht und wenn man auch dann die Fähigkeiten hat, das Ganze zu bauen. Würde ich mir auf jeden Fall überlegen, wenn ich ein cooles Projekt habe. Dann haben wir eine Antwort von Brad Garlinghaus auf dieses Meme hier mit, wie eine AI sich Brad Garlinghaus vorstellt. Und Brad Garlinghaus sagt das hier, dass er das zu seiner nächsten 1 zu 1, also 1 von 1 Agenda aufnehmen wird. Und dann haben wir hier nochmal das Bild in einer anderen Form als Superman. Dann haben wir eine weitere Erweiterung der Partnerschaft von Ripple und iRammit. Das ist auf jeden Fall eine starke Sache. Kann man hier einmal sehen, die Blockchain-Firma Ripple hat sich jetzt mit einer weiteren langfristigen Partnerschaft mit iRammit geeinigt. Super Sache, kann auf jeden Fall nicht schaden und die On-Demand-Diquidity wächst weiterhin. Das Ganze wird dann hier nochmal von YouTube direkt aufgefasst. Kann man hier einmal sehen und einmal pausieren, wenn man das Ganze in der Tiefe lesen möchte. Dann haben wir hier Eleanor Tarrott und hier geht es einmal um Proof-of-Stake. Er sagt hier, dass in der Zukunft alle Projekte auf Proof-of-Stake wechseln sollten, aber nicht alle das werden. Also Vitalik Boterin sagt das hier. Und ein weiteres Zitat ist, als Beweis, wenn Proof-of-Stake weiter voranschreitet, sag ich mal, oder weiter verteilt ist, beziehungsweise so mehr Akzeptanz findet, dann ist es auch eben seriöser für alle. Ich hoffe, dass Zcash dann auch überwechseln wird. Und er hofft auch, dass Dogecoin irgendwann das Ganze wechseln wird. Also das ist auf jeden Fall eine spannende Forderung. Das ist jetzt keine direkte Forderung, aber er sagt quasi so, ja, ich würde mich freuen, wenn Zcash und Dogecoin switchen würden. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass das Ganze nicht für jedes Projekt geeignet ist, sag ich mal. Und Proof-of-Stake ist jetzt auch aus meiner Sicht nicht so der beste Konsensmechanismus. Es ist wahrscheinlich nach Proof-of-Work der am meisten akzeptierte Konsensmechanismus. Aber es gibt doch noch andere, wie zum Beispiel der XRP Ledger, den Konsens fährt. Und das zeigt einfach, dass Proof-of-Stake nicht das einzig Wahre ist, sondern dass es da auch eben noch andere Möglichkeiten gibt. Und gerade den von XRP und dem XRP Ledger finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Dann haben wir hier nochmal den Crypto Whale. Und hier geht es einmal um die Bitcoin-Maxis, die alle pathologische Liars sind quasi. Und dann sagt er hier, haben wir von Plan B, zum Beispiel hier, beautiful sunset in my hometown Amsterdam tonight. Ist this a sign? Also ist das ein Zeichen? Also angeblich hat er das so gemacht. Aber das Ganze wurde schon bei Reddit gepostet in Texas vor zwei Jahren. Also das kann auf jeden Fall nicht spontan von ihm gekommen sein. Und aus meiner Sicht erkenne ich da auch jetzt auch keinen Joke irgendwie drin oder sowas. Also als wenn man das irgendwie jetzt so, ja keine Ahnung, aus Joke postet und sagt, ha, das ist doch ein Witz, den alle kennen. Das weiß man doch, dass das vor zwei Jahren auf Reddit gepostet wurde. Sieht natürlich sehr, sehr crazy aus hier. Aber ist eben nicht real. Dann haben wir David Schwartz, der hier seine AI, oder nicht seine, sondern eine AI, ich denke mal Open AI, Dolly 2, irgendwie sowas dazu benutzt hat, um sich selbst eine andere Brille aufzusetzen. Finde ich auf jeden Fall krass, dass sowas schon geht hier. Also hier kann man es auch mal schön sehen. Hier ist es aktuell. Also ich glaube, das ist das echte Bild, glaube ich. Ja, doch. Und dann haben wir hier eben eine neue andere Brille, die eben hier so aussieht. Ich hoffe jetzt wirklich, dass das die, oder? Nee. Also ich glaube, das ist halt real hier, oder? Ja, safe, guck mal, weil hier mit dem Schatten, ne? Das hier wird das angeleuchtet von der Sonne. Die AI checkt aber nicht, dass die Sonneinstellung von hier oben kommt. Also nur marginal quasi. Und das müsste hier auch dann hell erleuchtet sein. Okay, ja, dann ist das hier auf jeden Fall die Fake. Hätte ich mich fast selber getrickt irgendwie. Aber ihr wisst, dass ich meine, hier kann man auf jeden Fall einiges mitmachen. Und klar, finde ich auf jeden Fall krass, dass man das auch so einfach abändern kann. Am Ende haben wir noch vom Dark Defender hier einmal eine schöne Analyse. In generell ist hier immer viel zu sehen. Also hier ein Downtrend, das war hier oben bei 83 Cent. Dann runter. Und dann hier aus einer Sicht wieder hoch auf 50 Cent. Fibonacci Retracement. Er sagt hier, es könnte jetzt so ein bisschen höher noch gehen. Dann wieder ein bisschen runter, so auf 65 Cent. Und dann wieder auf über 83 Cent. Wäre natürlich eine starke Sache. Er sagt hier, 72 Cent werden auf jeden Fall kommen. Und am Ende haben wir noch wie immer von Bullrun Wonka einen Fun-Tweet. Hier für die XRP-Holder. Und rechts einmal die Ethereum-Chiller. Also auf jeden Fall das Ganze nochmal auf Wish. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder. Zur neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Und gebt ein Like oder Deslike, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns heute. Haut rein. Ciao. Ciao.